Ich bin der Maik von Mobilan West und wir haben hier ein Pemberton Alita von 2009. 3,70 Meter breit, 11 Meter lang. Platz für die Mikrowelle haben wir in den Kühlschrank. Auf der linken Seite kommt das Badezimmer, niedriger Einstieg in die Dusche, schöne geräume Dusche. Dann kommt das Elternschlafzimmer, sehr schön groß, sehr viel Platz an beiden Seiten vom Bett. Das Bett ist ungefähr 1,60 Meter, weil 2 Meter und das Gästezimmer mit Schrank, zwei breite Betten rein, Pemberton Alita 2009, Doppelverglas, Zentralheizung, sehr schöner Grundress. Und dann kommt das Badezimmer mit Schrank.